Es muss schön schmuf sein. Schmufi. Spoofy? Spoofy? Hast du eigentlich mitbekommen, dass wir Katzen haben? Nö. Dann sag ich's dir auch nicht. Okay. Ja, das hast du davon. Das hast du davon. Ne. Ne. Seh ich jetzt auch nicht ein. Schon mehr? Ja. Hast du auch früher Bucket Bust, wenn du Eis setzt in der Hölle, damit das dann zu Wasser wird und das Wasser nicht despawns? Sag einfach ja. Ja. Das war früher ein Pack. Der war toll. Okay. 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 Selmin hast du euch Klausel mitbringen? Nö, ich würd's sagen, natürlich die Ressource sollte man da lassen, wo er herkommt. Wen ist das jetzt echt nicht mit? Weiß ich dich. Weiß ich dich zurück? Ja, aber ich weiß dich nicht erotisch. Was? Ja. Alter. Also passt bloß auf, ey. Alter, jetzt. Jetzt ist zappelduscht. Das war auch so ein guter Elternspruch, der einfach kack jetzt ist. Ja. Ich bin schon wieder fast gestorben. Zurzeit laufen alle Leute bei mir im Haus rum, ey. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Portal zufrieden bin. Mach halt, mach ganz vollen Weg hier zum Portal. Ja, und dann läuft man einfach durch Lava. Genau. Ne, ne, ne. So ein schönes Ding, wo so 24, nein, 26 Black oder so verhält oder 28 und dann unten trägt er. Oh Gott, ey, was ist denn das für ein Mod? Iiii. So höchst du nicht, finde ich es auch nicht drin. Ich habe gerade auch gefunden. Achso. Leute, jetzt habe ich das erste Mal gemerkt, dass der Mod funktioniert. Plugin. Mega. Dass es die Scheiße in dein Inventar runterzieht, wenn du fertig machst. Ich bin fertig mit kacka. 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 Mit Leben auch. Generell. Weißt der. Seidfried steht irgendwo bei mir im Haus. Was geht, Seidfredo? Was geht, Seidfred? Ne, Reim ist nicht gut. Ich will ja jetzt nicht die Wahrheit sagen. Ich glaube, ich muss die Chunks aufstellen. Schon, wenn wer reimt, hat ne gewisse Verantwortung. Machen wir mal 24 Chunks. Ne, ich glaube wir müssen... Alles klar, jetzt muss ich meinen Snitchcatcher nur noch verzaubern. Fangst du dann mit Hundies? Ne, Hundies kann ja egal, die Snitch. Okay, ich glaube Cindy hat schon wieder was in mein Haus reingebaut. Cindy? Nö. Nö. Ich glaube, ich finde kein... Hellending. Da muss man sich quer über die Schlucht machen. Das mache ich dann. Was lauscht? Das sammelt der Pilze. Der scheiß Drogenabhängige. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob er so fett ist, dass seine Brüste über seine Arme wachsen. La 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 la! Comon! Ich will aber... Wir haben einen Schlagelfall! ich will bessere boni auf meiner angle und die killer 3 ich habe nur an breaking 1 auf war schon der ist klug der benutzt wasser zum hochgehen du kannst da übrigens wenn du rennst während dessen und dann zwischen die leiter und das wasser gehst bist du super schnell ja das irgendwas komisch ist auch das sind schon wir haben pipi strahl der schnellheit bei schnelligkeit ist leider parlamentiert kommen ja sagst du ich habe sogar nicht sprung gemacht ich bin stolz auf mich ja was du willst aber jetzt sound effect machen was geht dann nicht okay der geht auch ich hab's bemerkt voll schnell oder ja ganz kurz hab ich sexy mit ihr schaut natürlich genau wie termin es ist alle abschauen ein haus von dem anderem erst mal die kisten anschauen überall doch wir wollen auch höflich sein was wir machen kannst du kannst du kessel nehmen und da rein wasser tun aber warum würde ich was in der hölle haben wollen weil du verbränden könntest warum soll ich in der hölle fallen weil und die mit dir in die hölle geht und der ganz fieser traitor ist oder du grabst so ein zweiergang ganz fieser traitor mann manchmal ist so ein ding drin so einfach so ein ganz fieser lauer block da bist du drin und dann bist du feierab ganz fieser traitor moment habe ich genau weißt du was das milling table macht ja klar welcher der macht noch nichts echt verdammt man und karte kommen wir was können machen er ist gut da kannst du hast du ja 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 hast du dir weiter ja da kannst du schnell kraft das macht der loom genau für bänner krasses schild an mann krass jetzt ist krass krass welchen villager kopf reingetan weiß ich was auch krass ist so ein blässer massage wie macht man denn nochmal smoothstone drei stück in der mitte in der mitte in über eisen also die restlichen eisen warte was es muss dann 4 3 3 was ist die untersteuerung das clean stone und und der rest und der rest 1 ja außer die mitte da muss halt der verraten was kommt raus wenn der clean stone bratet wie sieht das aus smoothiges stein weißt was ich hier das ist eigentlich fast nur weiß mit einer umarmung so wie es halt dein texture pack aussehen ist habe ich noch nie benutzt habe ich kenne ich auch bisher noch nie keine geheime tür nur steckt warum ist das ding ist ja ich schaue mal ganz kurz was die entstanden sind siehst du das ich tue meine waffe rein oder halt die werkzeuge und dann sagt ihr das das grad eben für ding das andere drin ist ich habe es gar nicht gesehen warum habe ich gerade gehört dass irgendjemand was abgebaut hat weil ich in deiner leben ich hab nichts gehört sind die ist nicht warte los was machst du da oben was machst du bei marmeln ich hab deine dicken anrufen krieg ich eine karotte nein weil du hier bei denen nicht gefragt hast du was was abgebaut frag nach kürbels du dumme hure komm halt her warte ich brauch ich hab ich jetzt nicht die möhren richtig scheiße ja ich brauchst halt für schweinchen allerdings sind schweine dadurch richtig scheiße karotten das sind karotten was der unterschied zwischen möhren und karotten nein meinst du rote beete ja möhren halt klar rote bete brauche ich jetzt eigentlich nur für bin ich habe ich die alles gebracht und ich habe das hier mitgebracht ich plan es war hier geht es nicht ja ich weiß drauf ist direkt das ist das jetzt muss wachsen okay das kann unsere verteidigung das macht sogar schaden das ist ein blöden dinger den eingebaut hast und die blöden dinger mit diesen smithing ach so ja ja keine schwitzsacke ich habe die kabelkiste und die dreckelkiste ich bin so blöd ich bin so dreckelter blöd mann doch nicht aus annehmen soll ich jetzt machen ich wollte kacken herrn und vergessen was die tränen wollten ja schon er macht auch eine rete oder bis zu hier auf die city und dann kriegst rabatte wenn du nicht ne den schaff ich nicht ja gut super wenn es ja jetzt aufgesprochen ich weiß was auch krass ist es gibt einen kompost ich habe jetzt ehrlich gesagt was krasses erwartet und ich habe pumpkin sieht es gefunden gefunden gerade er hat er hat sogar die dinger raus soll ich verkraftet aber auch okay meine rücken ist kaputt das hast du davon kam irgend so ein fettsack gut gesprochen jetzt habe ich vergessen dann darf ich dann darf ich und die endlich ich hoffe wir reden über die gleiche spitze die aus obsidian die ich eingehackt habe also ja die mit der malachie mit dem stock der schmelz gemacht wurde mit dem mongopid und 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 den power chor so terminast wir sind jetzt so rich ich steige jetzt von stein spitzacken auf eisen spitzer machen wir auch mal ein das schmeckt ich sag es dir dann brauchst du essen ich kümmere mich tatsächlich selber um mich teilweise okay meinst du was bringt ja fischen ich nehme ich fokussiere aber immer auf unbreaking und sonst wenn dir bei alle verzauberung nicht gefallen nimmst du halt im seitenbruch silberfische stimme weg das war jetzt gruselig für ihn da war ein silberfisch ich habe sie die nirgendwo hast du auch davon ist noch mehr ich werde überrannt wohl nicht die polen was soll ich jetzt noch mal ganz ganz selten in erhöhen gebieten nein erweitig weiß von den nur aus den blöcken soll es auch so gehen da habe ich mehrere schon wer ist das motto ich bin ich immer noch smart genug zu trinken trinken ist wichtig kisten verschwinden wenn man auf gleicher höhe ist nur die eine ja wenn man nicht hinschaut ja habe ich auch schon diesen scp das passiert nicht mit allen kisten nur mit den beiden ersten jahren ja das sind die diese kisten die haben schon auch vorweg vielleicht weil die in einer anderen chance sind genau die zwei das ist voll irritierend alter mein zimmer hat gerade 32 grad disgusting du hast dein pc nicht in deinem zimmer oder doch nein aber ich sage das ist mein zimmer weil ich daran lebe das stimmt so lange ein pc nicht wieder explodiert ist alles gut einigermaßen wird einigermaßen ich fand das lustig so lange besser plus kreis gibt es fand ich immer noch lustig ja und da muss man kreis drauf setzen hoher hochsommer ich freu mich schon du solltest du einfach eine andere lüfter holen warum wasser kühlung weil das sehr gut funktioniert ne ich habe das bei dir nicht geblubbelt und da hast du gesagt ist nun cool funktioniert immer noch aber pumpe hat einen schuss eine wasserkühlung ist aber nicht besser als eine luftkühlung noch wasser kann er werden aufnehmen zum kühlen 40 grad hat dann schon also bei mir in der dachwohnung bei 30 grad und dem 1 die reisen brauchst du wasserkühlung sonst brennt dein pc das schöne ist ich habe im moment noch keine wasserkühlung drauf du kannst ja auch einfach einen guten luftkühler holen für den wenn du sagen wir du willst 100 euro für eine wasserkühlung zu zahlen dann holst du die luftkühlung dort und dann hast du mehr davon luft der wasserkühlung in kosten mehr kriegen weniger aber dafür sehen sie halt cool aus wenn man reinschaut also ich habe einfach nur fettmetallblock und das reicht mir nach so drei stunden ist einfach heiß aber dafür habe ich kühle einfach mal nicht wort man auch bei mir zuerst ein casing als allerherstes falls wichtig menschen und pc war muss und im winter ist es halt blöde dunkelheit sie sofort geschritten in der dunkelheit herrscht schreitig nein ich bin jetzt auf chickens verpisst euch ich finde das lustig aber ebenso erschreckend ich will keinen ich bin ich bin ich bin und natürlich noch eine hexe klar ja ich bin blind ich dachte du bist Chewbacca ich mein der ist sowieso der einzige Nachteil bei dafür ist das was du siehst wunderschön das ist und dann siehst du und denkst warum mache ich das alles im leben apropos ich muss glaube zu dem weit runter ja ich meine wir gehen sowieso gleich in den teilt mit ihnen in vier minuten da war ich auch meine ausnahme aus ausnahme ausnahme Alarm mache ich die aufnahme auch noch mal neu weil vielleicht klappt das besser mit stundenaufnahmen sich zwei stundenaufnahmen sind weil ich würde schon gerne das primäre scheiß nutzen ich habe mir extra auf der karte gemerkt wo das scheißdorf ist und anscheinend ist es doch nicht anscheinend ist mein gehirn behindert da gibt es sowas nennt sich die screenshot und aber ich habe eine karne du und ein metagaming der booty wir jetzt auch auf dich und er hat dich auch da hast du mich wenigstens und die hast dich aber und die hast alles da ist easy der schweizer hasse fühlt es wohl an der etienne also es kann grenzt italien zu schweiz da halt oder da wird kontrolliert ja die hast du ja die weil sie ein wollen man deren käse und die anderen wollen deren käse und das wollen die dann nicht mischen die kommen ja auch nicht wegen wegen drogen oder so die wollen machen das einfach nur aus hause käse und das problem ist die haste halt bloß italiener mehr als deutsche also die hat mehr kontrollieren aus hass oder wie man hass auch kennt käse ich kann mal käse hast du nicht käse ist hass mal kurz meinen abartig fetten hund mit futter versorgen sonst frisst die mich schon wieder alle in sein aus rein das machen sich da alle breit weiß ich meine einfach nur drinstehen und dann einfach nichts sagen wer wieder da ich bin schon wieder in der hülle von ihm alter das mann nein ich will anfangen von uns das ist unsere hülle meine höhe man zu verstehen es war wirklich der unser erhöhen eingang in der steinzeit hast du die diamanten abgebaut du hast meine diamanten geklaut aha du hast auch nicht abgemacht ich bin ich nicht mehr meist hat mit einer holz spezake okay vom runden fucking phantom er hauptsache ist weg der teuer machen ja dann verpiste ich in dein bett ja also bei mir ist gerade strandmusik bei mir muss tag sein ich glaube ich habe jetzt bock auf stasi war die musik das können wir auch noch nötigen sollen ja stimmt das ist außer entspannt ist fünf stunden das gleiche machen und nicht mitbekommen musik stinken und doch her zu diesem schwer es ist der koko schwer koko schwer einen macht den anderen kalt die ganze schon werbande brüllt ich finde ich finde es wirklich schön wie da steht wer einer macht den anderen teil so ist das nun mal in der affenwelt da ist halt nicht mal einmal einmal so ein stoff zu getter gesehen hat er gar nicht ab da geht ab da geht ab da geht ab da geht ab aber das kein problem dem ich nehm den seine balls meine freund das gab die joe um hat sich und seine abenteuer ja hallo perfekt jackpot der slate grad mein ars aber das leben aus einfach auf die beine schlagen und hier geht es noch weiter ich mach mal was oder wollt ihr noch weiterreden ich würde nämlich zu chindi gehen mit de tonti kannst du machen what the fuck war das viel toller mir ist gerade mit einem haus was explodiert einfach so dass man das nicht zum das kann man haus gucken würde ich aber ich glaube nicht dass das finde ich nicht in ordnung wenn mitten in meinem haus plötzeln die haben wir uns nicht mal hier okay die haben wir zum dorf das sollte es ist relativ einfach sehen können es ist ja einfach explodiert der stand vor der tür wahrscheinlich als dach offen ist das bestimmt obendrauf nächstes dach ist nicht auch das ist komme ich dann am einfachsten zum dorf einfach zusammen was hinter schon was berg aber ich nicht in forschung das berg das ist mein berg streite durch den berg nö das müssen wir nicht ist meiner so Tür Tür okay